Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von The Walking Dead. Ja, mit der kleinen Klem sind wir gerade hier unterwegs den Bahnhof hier durchschauen. Wir brauchen den Brennschneider, der da drinnen ist in diesem Kiefig. Und wir haben zwei neue Leute gefunden. Ich denke, dass wir den beiden vertrauen können und ich hoffe, dass sie auch den Weg mit uns gehen werden. Denn die beiden scheinen sehr bodenständig zu sein und scheinen wohl auch noch, sag ich mal, ja, relativ unvorbelastet zu sein, hoffe ich. Aber jetzt müssen wir mit Klem zusammenkommen. Okay, damit wir diesen Brennschneider bekommen. Oh oh. Oh fuck. Oh fuck. Oh, Klem, 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 Klem. Du hast es gelernt, du hast es gelernt, du hast es gelernt. Klem, du hast es gelernt. Klem, du hast es gelernt, komm, hilf mir. Oh fuck. Bist du denn schon tot? Das ging aber schnell. Okay, also nochmal. Okay. Können wir uns nicht irgendwie dagegen wehren? Können wir einfach so angreifen, einen der beiden? Versuchen wir das mal. Nein, das funktioniert also nicht. Okay. Wir müssen also sofort... Wow! Voll Klischee. Frisst die Eingeweide. Oh nee, ey. Also wir müssen sofort zurückweichen. Okay. Klem, bitte. Du hast gelernt, wie es funktioniert. Schnapp dir die Waffe. Bitte. Bitte. Sofort zurück, sofort zurück. Nein, nicht lange zurückschauen. Komm, 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 komm. Was denn? Kuh! Okay, 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 okay. Und zack. Na komm. Oh. Holla, die Waldfee. Wo kamen die denn her? Sie hat zumindest die Waffe in die Hand genommen. Oh, scheiße. Clementine? Cheese, Kleine, bitte schnapp dir die Waffe. Oh, scheiße. Komm, komm raus hier. Komm raus, 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 komm raus. Ja, ich weiß, eigentlich will ich nicht, dass die Kleine es macht. Aber wenn wir es nicht geschafft hätten... Das ging nicht so gut. Nein, das ging nicht so gut. Aber wir sind okay. Alles ist okay. Okay. Was ist passiert? Ich dachte, ich habe einen Schuss gehört. Wir sind okay. Wir haben ein paar Walkers gefunden. Du und ein 8-Jähriger versus drei von ihnen, hm? Wir haben es geschafft. Ja, es sieht so aus. Was, wenn du es nicht hatten? Ich werde mich sicher machen, dass der Geräusch uns keine Probleme hat. Das ist eine gute Idee. Ihr habt doch selbst mitbekommen, dass gesagt wurde, dass wir hier in den Bahnhof gehen sollen und uns den anschauen. Sie hat es doch gesehen. Sie hat es doch auch gesehen, dass wir mit ihr hier hingegangen sind. Sie hat doch auch mitbekommen, dass Clementine gesagt hat, dass sie mitgehen will. Was soll denn der Scheiß? Tut mir leid, aber habe ich kein Verständnis für gerade. So, Brennschneider mitnehmen. Ja, bitte. Nein. Ich denke, das war das Beste. Was denn? Jetzt habe ich das Ding wieder nicht mitgenommen, oder was? Doch, wir haben es dabei, aber er trägt es nicht geil. Gut, komm Clementine, jetzt gehen wir hier raus, was so schnell es geht. Wir haben noch was zu tun. Denke ich mal. Aber das Ding da runterkrachen lassen, ist halt auch nicht so richtig, oder? Ich lasse, dass die Gleise kaputt macht. Die Gleise, nicht die Gleise. Wirklich, Glowtwatch? Ernsthaft? Zeigt man da wirklich Lötlampe dazu? Okay. Das wundert mich sehr. Na gut. Aber wenn wir das Ding jetzt da runterschneiden, dann knallt es auf die Gleise. Wenn es blöd kommt, kommen wir dann nicht mal vorbei. Dann macht es die Gleise kaputt, wenn es blöd läuft. Geht das Ding überhaupt noch? Ja, wir haben ja das Klebeband, ne? Was schaut denn der so dumm rum? Na, der sollte definitiv reichen. Das ist verrückt. Look at it go. Gibt es ein bisschen leid. Oh, 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 oh. Gut. Oh, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Und ab geht ihn. Alles klar. Okay. Krass. Ach, scheiße. Whoa. Whoa. The comb didn't hear. Guys, there's something coming. What the what? There must be thousands. We gotta go. Fuck. Omi, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Das ist so auf die Seite gekippt, das Ding. What the hell do we do now? What the God, this works. Holy crap. Jetzt springen. Springen. We gotta jump. Ja, ein bisschen schneller. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Nein. Nein. Nein, die beiden. Kommt mit. Bitte. 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 Komm. Schnell. Schnell. Nein. Was denn? Aber sie ist fit und du nicht, du Arsch. Du hattest ein kaputtes Knie. Oder irgendwie sowas. Meine Güte. Du. Oder die Fangen bis jetzt über den Nanzöschen. Das war ein paar von ihnen. Oh, ihr everert? Nein. Wir okay. Speak für yourself. Mein leg ist fucked. Wir fine, Clementine. Wir fine. Sicherheit sofort. geschubst. Okay. Silvana. Oh. Ach, und wir dürfen auch mal fahren. Was für ein Bild? Eine Bart? Also das ist der Vater. Ach, der hat auch solche Haare. Ne, das sind die drei. Das ist Kenny. Wir finden Clementine's parents when we get there. Ich dachte, sie waren tot. Looking for them, dann. Das ist nicht der Plan. Well, es ist ours. Sie und ich haben es überrascht. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, du know. Du, ich, niemand kann das alles nehmen. Aber wir haben. Was wir müssen, nicht mehr machen, nicht mehr machen. Oder geben wir nichts, um zurück zu kämpfen über den Motel. Was? Was walkie-talkie? Woher wissen die, dass Lee sie begleitet? Woher kennt der Lee? Das gefällt mir gar nicht. Ah, oder war das Ben? Nee, kann aber nicht so. Das ist kein Radio. Wer ist denn das? Hinter jeder Ecke heißt das nächste Kapitel, alles klar. Schneller beim Herziger Tod. Hast du das Mädchen auf der Straße? Du und 59% der Spieler haben sie nicht erschossen. Also man merkt, hier waren sich die Leute auch nicht so einig. Ähm, okay. Lilly zurückgelassen. 57% der Spieler haben sie nicht zurückgelassen. Auch hier hat die Mehrheit sie nicht zurückgelassen. Mit Kenny gekämpft. 55% haben mit ihm gekämpft. Das war aber bei mir eher nur ein Versehen. Duck erschossen. Du und 20% der Spieler haben ihn nicht erschossen. Also die meisten haben tatsächlich Duck erschossen. Und 55% der Spieler haben um mir geholfen. Wobei ich da denke, dass es da gerade ein bisschen schwierig war. Weil um mir zu helfen, das war irgendwie so ein Moment. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wenn ich wohl eine Entscheidung habe, links oder rechts, ich bin es gewohnt mit der Maus nach rechts zu fahren. Das ist auch irgendwie, man fährt mit der Maus auch meistens nach rechts. Weil man beispielsweise die Scrollbar schieben will oder sonst noch was. Ich glaube, das war in dem Moment eigentlich gar nicht die Entscheidung, für wen ich mich entscheiden soll. Das war einfach nur eine Reflexreaktion. Von daher, hm, interessant. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Heute eine etwas kürzere Folge. Und in der nächsten Folge starten wir dann also schon mit dem vierten Kapitel. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.